Hallo liebe Freunde des guten Tons, hier ist Jochen vom Blusa Studio und es ist schon wieder Weihnachtszeit. Das Jahr neigt sich dem Ende und deshalb gibt es von mir auch wieder ein kleines Weihnachtsspecial und einen kleinen Jahresrückblick. Ja, das Jahr 2018 ist ja quasi schon fast vorbei und es war dieses Jahr mal wieder ein extrem aufregendes und spannendes Jahr. Es ist sehr, sehr viel passiert. Das YouTube-Jahr 2018 hat damit begonnen, dass wir nicht mal ganz 300 Abonnenten groß waren und jetzt knabbern wir schon fast an den 500. Leider wurde auch am Anfang des Jahres unsere YouTube-Partnerschaft gekündigt, wie bei allen anderen Kanälen auch, die weniger als 1000 Abonnenten haben. Seitdem ist es für mich ja nicht mehr möglich, meine YouTube-Videos zu monetarisieren und seitdem verdiene ich mit YouTube auch kein Geld mehr. Gut, das war vorher ja auch nicht wirklich viel, aber ich konnte damit zumindest ein bisschen Werbung finanzieren. An sich war das hier auf YouTube ja dieses Jahr relativ ruhig von mir. Lag einfach daran, dass ich enorm viele Aufträge dieses Jahr hatte. Also das Jahr 2018 war für das Blusa-Studio ein echt erfolgreiches Jahr. Wir hatten richtig viele Produktionen und auch große Produktionen. Ich kam deshalb kaum hinterher, irgendwie die Videos zu machen, obwohl ich noch so viele auf meiner Liste hatte, die ich noch gerne abarbeiten wollte. So viele spannende Themen, so viele Fragen auch von euch, die ich beantworten möchte. Und ich kam einfach noch nicht dazu, das alles irgendwie zu drehen, zu machen, vorzubereiten, zu skripten, zu schneiden, zu rendern und hochzuladen. Deshalb erstmal ein großes Sorry von mir, dass es dieses Jahr so wenig Videos gab. Ich hoffe, dass sich das in Zukunft wieder ein bisschen ändert. Aber die Arbeit ging einfach erstmal vor. Eigentlich wollte ich ja jetzt zwischen den Jahren auch ein bisschen frei machen, ein bisschen weniger machen, ein bisschen ruhiger alles angehen. Aber wenn ich mir die Auftragsliste im Moment anschaue, dann muss ich doch noch das eine oder andere zumindest ein bisschen vorbereiten. Ich habe es ja dieses Jahr nicht mal geschafft, den angekündigten Livestream zu realisieren. Den habe ich aber, wie ich bereits schon in einem anderen Video angekündigt habe, nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Inzwischen habe ich eigentlich alles soweit vorbereitet und ich denke, dass wir das in der zweiten Januarwoche vielleicht nachholen. Und sollten wir dann die 500-Abo-Marke auch noch knacken, dann gibt es relativ zeitnah auch einen weiteren Livestream. Für diesen Special-Livestream habe ich auf jeden Fall einiges vorbereitet. Wir haben die Möglichkeit, einen Drum-Mix zu machen. Oder der Abonnent Oskar hat uns auch einen Mix geschickt, den wir eventuell im Livestream mastern können. Weiß ich noch nicht ganz sicher, ob das klappt, aber das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Dann hätten wir sozusagen zwei verschiedene Sachen, wo wir uns einfach aussuchen können, was wir eher machen. Also entweder einen Drum-Mix machen oder ich zeige euch einfach mal, wie man so einen Song mastert. Das Ganze wird auch so vorbereitet, dass für jeden Zuschauer irgendwas dabei ist. Also das ist für Leute, die noch überhaupt gar keine Ahnung haben, was überhaupt so Mixing, Mastering und sonst was ist, die können da auch gerne zuschauen. Für die wird es auch interessant. Für Leute, die so ein bisschen hobbymäßig und semi-professionell Sachen machen, die werden da wahrscheinlich einiges lernen können dabei. Und selbst für Profis und Kollegen aus anderen Studios dürfte es interessant sein, da ich dann vielleicht mal so ein paar Sachen meines Workflows vorstelle und ich da aber auch gerne offen bin, wenn ihr im Chat seid, einfach mal andere Meinungen zu hören oder andere Tipps von euch entgegenzunehmen. Das Jahr 2018 war aber trotzdem ein wirklich spannendes Jahr. Ich war unter anderem an einer Produktion für einen großen, bekannten öffentlich-rechtlichen Radiosender tätig. Ich hatte eine bekannte deutsche Schauspielerin-Synchronsprecherin hier bei mir im Studio. Und aktuell darf ich das Album von einer sehr bekannten deutschen Band mischen, deren Namen ich jetzt noch nicht verrate, weil das Album aktuell noch in Produktion ist. Das darf ich komplett mischen und mastern und ich freue mich total, weil das richtig geile Musik ist. Auch ansonsten durfte ich an sehr, sehr vielen spannenden Produktionen beteiligt sein. An dieser Stelle einfach mal ein Dankeschön an alle Kunden, die mir ihr Vertrauen schenken und an deren Produktion ich einfach mitwirken darf. Da sind auch immer echt viele interessante Produktionen dabei, die mich auch teilweise vor neuen Herausforderungen stellen und die immer spannend sind und einfach tolle Werke entstehen. Dann habe ich dieses Jahr im Studio auch einiges aufgerüstet. Es gab einen Haufen neue Plugins, die sehr hochwertig, aber auch teuer waren. Und relativ viel Rechenleistung schlucken. Deshalb gab es auch gleich noch einen neuen Computer dazu, eine Audio-Maschine, die mit diesen neuen Plugins auch umgehen kann. Mit der neuen Hochleistungsmaschine sollte ich auch die nächsten Jahre auskommen. Das hatte mich aber auch zeitlich vor einigen Herausforderungen gestellt. In der Zeit konnte ich mir auch im YouTube-Videos gar keine Gedanken machen, denn innerhalb eines Wochenendes mussten quasi alle Produktionen, alle offenen Produktionen umziehen auf das neue System. Es mussten alle Lizenzen übertragen werden, alle Programme neu installiert werden, die ganzen Sound-Libraries, die gigabyteweise irgendwie draufgespielt werden mussten. Es musste alles realisiert werden und am Anfang ging erstmal gar nichts. Ich weiß noch, ich habe einen Samstag von morgens 10 bis nachts um 3 Uhr nur vorm Rechner gesessen und Programme installiert. Und dann hat man immer dieses Problem mit diesen ganzen Lizenzen, die zu übertragen, von einem Rechner deaktivieren, auf den anderen zu aktivieren. Und dabei benutze ich ganz viele Dongles. Also ich habe neben einem USB-Lizenz-Key auch einen i-Log, einen Code-Meter-Stick und, und, und. Aber trotzdem, das war relativ kompliziert. Ja, und eine Erneuerung sieht man auch hier im Hintergrund. Mittlerweile läuft inzwischen hier im Studio ein Pinguin. Und passend zum Pinguin auch die Weihnachtsdeko. So wurde also auch im Studio einiges erneuert. Ein anderes großes Ereignis vom Blusa-Studio habe ich schon bereits in einem anderen Video mit euch geteilt. Und zwar war ich dieses Jahr auf der Mastering Academy bei Friedemann Tischmeier. Dort konnte ich mein Wissen über Mastering noch vertiefen und meine Mastering-Skills auf ein neues Level heben. Noch eine Neuerung, die noch nicht ganz so viele Leute von euch mitbekommen haben, weil ich auch nicht so wirklich Werbung gemacht habe und es noch nicht groß erzählt habe, was aber noch kommen wird. Seit Mitte Oktober habe ich meine MFIT-Zertifizierung bekommen. Was bedeutet das? Ich habe jetzt eine Zertifizierung von der Firma Apple bekommen, wodurch ich berechtigt bin, MFIT-Master zu erstellen. Also Master, die bei iTunes oder bei Apple Music mit der Zertifizierung Mastered for iTunes ausgezeichnet werden. Ich wurde ja bereits häufiger gefragt, wie man denn einen MFIT-Master bekommt. Und ja, in erster Linie brauchst du also erstmal einen Engineer, der eine MFIT-Zertifizierung hat. Und das habe ich jetzt seit Oktober. Und dann ist ein spezielles technisches Mastering notwendig, was quasi extra vom Kunden bestellt werden muss. Also nicht jedes Master, was ich jetzt erstelle, ist automatisch ein MFIT-Master. Aber das erkläre ich vielleicht nochmal an einer anderen Stelle. Viel mehr möchte ich euch heute eigentlich auch gar nicht zutexten. Es wird nur weitergehen hier auf diesem Channel. Ich hatte ja schon einige Videos im Oktober vorproduziert, die eigentlich nur im November kommen sollten. Die sind alle schon aufgezeichnet, aber einfach noch nicht geschnitten, weil ich dazu einfach nicht kam. Wie gesagt, kommt der Livestream hoffentlich jetzt bald auch zeitnah. Und dann bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen, als euch, meinen Zuschauern, meinen Kunden, frohe Weihnachten, besinnliche Tage, ein ruhiges Weihnachtsfest, ruhige Weihnachtsfeiertage zu wünschen. Und dann natürlich einen guten Beschluss, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019. Ich wünsche uns hier in der Community, dass das Jahr 2019 genauso erfolgreich und spannend wird, wie das Jahr 2018. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Bis dahin, macht es gut, tschöööö.